Und nun ein Schuss. 10 Minuten, ohne Worte. Und jetzt mit diesem Tor sind sie natürlich auf dem richtigen Weg. Noch ein Treffer und sie könnten den Titel holen. Sie schaffen kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Und wer weiß wohl, vielleicht wollen sie, vielleicht können sie noch mehr, vielleicht drehen die das Ding noch.